Hallo und herzlich willkommen zurück bei ARK Survival Plus. Jetzt musste ich auch mal schnell überlegen. War knapp. Nee, es ist ansteckend, Matze. Ja, der Matze ist da. Hallo. Ich hatte jetzt Panik, nicht dass du was Falsches sagst. Der Pizzi ist auch da. Grüß dich. Der Linne ist da. Ja, ja, hier. Damit hätten wir die Jungs durch. Danke. Und jetzt kommen die Jungs. Nee, jetzt kommen die Mädels. Dini. Hallo. Und Diva. Hallihallo. Ja, und die Danu ist auch wieder da. Genau, und Diva steht hier mit Schere. Wer möchte deine Frisur? Warte, ich, 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 ich. Was hättest du denn gerne? Warte, ich werde meine Kappe erstmal abnehmen. Play Emote. Highthead. Such doch was aus. Die sind ja alle erstmal. Was Nettes. Herrenfassungschnitt. Moment, ja. Ne, fangst mit. Ne, such doch was aus. Ich mach mal. Warte mal. Ui. Plastisch überraschend. Es kann nicht schlimmer sein, als das, was Koya anstellt. Nein, das wird nicht. Was ist denn hier los? Ich hab grad schön das Ei, das gleich schlüpft, mitten im Monitor. Und Ludwig, der 14., der kackt mir genau mitten ins Bild. Aber das dauert jetzt, bis es wächst dann. Weiß, das macht nix. Dankeschön. Nicht, dass du den, den, den Haufen claimst, ne? Ja, ja. Der nächste kann zum Friseur. Äh, Jenny, du weißt, dass der Dino bei dir noch auf Wallow ist, ja? Ja. Das ist Absicht. Unser Friseur hat wieder Zeit. Ja, mobile Friseur, bitte. Ich muss auf die Babys aufpassen. Ähm, ja, ich komm dann hoch. Ich in... Kannst du bitte einen Hausbesuch machen? Wer kann denn die... Babysitter? Ja, ja. Wer, wer, wer repariert die Schere? Äh, Lynn, glaub ich. Hast du noch ne andere? Der Strieg, die Morella hat hier ein Problem. Ja, dann schnack mal. Was? Ich bin noch am Trog, glaub ich. Jetzt. Wenn ich kurz fragen darf, wo ist denn das Old Meat jetzt von unten? Ist das schon hochgelaufen? Was? Sag mal. Das Old Meat. Ja, das ist schon weg. Ja, ne, nur weil sich irgendjemand verantwortlich gefühlt hat, das hochzubringen und mir fragen wollte, ob es schon da ist. Ist doch schon lange erledigt. Ah, das ist aber schön. Oh, ah. Ein Klavier, ein Klavier. Ja, dann noch. Ich dachte, du schnackst mir die Haare. Äh, Deba. Ich brauch erstmal ne Schere, ne heile. Ja, dann ist eine, war ein Ausgang. Ist eine, okay. Ich glaube zumindest. Ja, eventuell hat, glaube ich, PC vorhin schon gemobst. Genau. Und, und jetzt ist sie kaputt. Ja. Matze, wie sieht's aus mit deinem Baby, Tilo? Ein Minütchen, noch ein gutes. Ja, warte, dann geh ich in die Ecke für den Fall, dass das Zwillinge sind. Oh, wie viele Haare hast du jetzt geschnitten? Ich hab PC, Kopf und Bart gemacht. Ähm. Ich hab bei dir nur den Kopf gemacht und bei dir einmal. Ich hab auch schon Drillinge und so. Was machen denn eigentlich hin zum Kunst jetzt da unten? Also unsere beiden Schweinchen. Sind die immer noch ein Knäuel? Ja. Ja. Ein großes, größeres Knäuel, ne? Dummdi-Dum. Ein Metallnagel, na gut. Ja, dann zählen wir mal raus, dann sind die Schweine auch nicht mehr zusammengebacken. Ah. Einfach mal irgendwas aus dem Zusammenhang gerissen. Einfach mal was gesagt, ne? Ja, hauptsächlich. Hör mal, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. War mir jetzt auch zu hoch. Was? Was? Oh, ich find die süß, die beiden kleinen Knuddelschweinchen. Mir tun die leid. Guck mal, Genie, gleich ist es so weit. Ja, dann nennen sie doch Kuschel und Muschel. Nein, Yang und Ying ist gut. Kuschel und Muschel. In der Rüstungskiste hätten alle eine Haube, die noch keine 35er haben. Ja, hab in dir. Und zwei Oberteile habe ich schon fertig. Na, bin dir eh. Mach ich doch. Mach ich doch. Dankeschön. Was sollen wir mit der Alten machen? In die Kiste daneben, da hau ich die 20er rein. Die repariere ich zwar auch, wenn wer stirbt. Ah, ja. So. Einfach richtig jetzt halber. Ich komm jetzt hoch und, ähm, Zucchini, die wollte ja noch... Ups, ich fall hier runter. Ähm, ich komm da nicht mehr rübergehopst, was ist das denn? Tada! Und, bist du auch mit? Guck mal, hier, das sieht genauso aus. Das sind Geschwister. So, Schere sind wahre Ausgang. Jo, ich hab eine. So. Dann kannst du jetzt mobiler, mobiler Friseur sein. Auch hübsch, ne? So, Genie. Ne, das ist, ähm... Jetzt bist du fällig. Mach ich erst mal meiner. So. So, jetzt müssen wir ja mal... Was hätte ich denn gerne? Jetzt musst du dem noch einen Namen geben. Einen vernünftigen Namen geben, ne? Ja. Ähm. Sag mir mal, erklären mir mal bitte einer, warum der im Inventar... Ne, hat er nicht, okay. Einen vernünftigen Namen. Ähm, wer wollt denn noch? Matze auch? Was denn? Ne Frisur. Oh, äh, ne, danke, kein Bedarf. Ach, hast du mir schon die Haare geschnitten? Wie, du willst nicht? Soll ich? Hast du mir schon die Haare geschnitten? Ja. Müssen jetzt kurz sein. So, sag mal, Hut abnehmen oder was? Ne, ne? Wenn ich bohre vor allen Dingen mal, sonst wird der, kriegt der nämlich die Haare geschnitten. Was muss ich denn machen für ne Frisur? So, Kappa ab. Ja, natürlich. F1, äh, nein, ähm, ähm, was? Bild gedrückt halten, Play-E-Mode und dann oben haltet. Genau. Ich hab's nicht ganz verstanden, was ich gedrückt halten soll. T wie T, oder? T. Wenn du die Standard-Einstellungen hast. Play-E-Mode, ja, 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 ja. Ja. Hi, Ted. Ja, die Haare sind jetzt erstmal kurz. Da ist nicht viel zu schneiden, ne? Ähm, jetzt nicht mehr, ne? Was? Hallo? So, und... Oh, wenn jetzt irgendjemand das nächste Baby hier im Häuschen ausbruten möchte... Lindnach, was ist dir denn? Welche Frisur darf's denn sein? Möge er bitte mit seinem Baby erscheinen. Wachsen die wieder? Nein, die bleiben jetzt immer so. Oh nein! Könnte euch... Oh Gott, ich hab... 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 Brauch jemand... Wood Ash. Wood Ash? Wood Ash? Ähm, akut gerade nicht, nee. Kleinern brauchen wir das aber... Matze, bist du mit dem Chaboa oben? Ja. Dann bring ich da einen anderen Chaboa dazu. Das... Ein weiblichen? Ja. Ich brauch nochmal einen Namen für mein... Äh, kleines Stilochchen hier. Doch, ist das niedlich. Die schauen ja... Die schauen ja niedlich aus. Mir fällt aber überhaupt mal gar nichts ein. Oh, meiner ist ein Mädchen, den kann ich so nicht nennen. Oh, und der Morella ist auch voll niedlich. So, er heißt jetzt Ernie. Ich kann so nicht arbeiten. Wenn du mal wegrennst. Schau mal, Matze, du hast da andere Chaboa. Kleinen Moment, kleinen Moment. Stopp, meiner hat jetzt auch einen Namen. Ich hab ja so lange nichts mehr gemacht hier mit den Tieren. Disable Wandering. Ja, ja, meiner hat jetzt auch einen Namen. Guck mal, Matze. Cool. Der Kleine? Ja. Die Lila, oder was? Nee, die Lila. Die Lila. Die Lila. Die Lila, ja, ist ja Lila. Ach, das ist die Lila. Ah, ja. Das sind wir die Männer. So, okay, also Frisur sitzt. Dilos sind unbenannt. Head wird wieder angezeigt demnächst. Nein. Nein. Na gut, dann nicht. Wollen wir die Frisur wachsen sehen? Nein. Na gut, dann lassen wir das. Ja, dann würd ich sagen, Matze. Wie komm ich denn aus diesem Radialmenü wieder raus? Gar nicht. Escape drücken, oder? Nee, Escape komme ich ins Hauptmenü. Ähm, noch einmal T drücken. Nochmal T drücken. Was ist das hier? Das war ja nämlich gleich die alle Viecher. Nö. Klicken. Das ist recht Pizien, das hätten wir auch denken sollen. Man setzt hier in die Hütte zum Disabled Wandering, würd ich sagen. Dann können wir hier die Tür zu machen? Nö. Nee, aber den Ausgang versperren. Naja, stell dich doch halt für einfach eine Wege. Ah ja, ich fühl ja auch den ganzen Türrahmen auf. Können wir die Tür versperren. Ja. Im Dunkeln ist gut munkeln. Ich frage mich gerade. Träg das schon mit. Okay. Also schade, ich stelle die ganze Zeit Leder her und ich komme trotzdem noch nicht dazu, dass ich euch mehr herstellen kann. Weil das Oberteil kostet 60 von diesem Leder. Haben wir noch mehr Tjeboas? Nein. Nein, das sind die letzten Überlebenden. Ah ja. Ich kriege das Ding nicht von der Schulter. Deswegen dürfen die doppelt F gedrückt haben. Ja, da geht immer irgendein Inventar von irgendwas auf. Das geht mir gerade auf den Keks. Schau, woanders hin? Wahrscheinlich meins. Ja, ja. Wie viel Leben haben die denn? Noch zu wenig, okay. Aber, Gott, Sünde, die Armen. Äh, Genie, kannst du kurz da mal rausgehen? Krieg das Ding nicht runter. Warte mal. Vielleicht will ich jetzt auch mal kurz das Morella angucken. Das ist schön, das ist Morella. Der Baby Morella ist so süß mit dem riesigen Korn. Ja, jetzt müsst's gehen. Welches Level habt ihr denn da? Ja, schau, noch oben. Nee, er hat nicht getroffen, gell? Natürlich nicht. Wo ist er denn? Nur eine Frage, wollen wir die Hähnen dann auch irgendwann mal fahren? Äh, hängt, warte mal. Wenn das geht? Ja. Ach. Und, geht das bitte hin? Ah, ist das nervig hier. Er ist erledigt. Ich bin ja nicht so ein Typ für so ein Gefuddel, ne? Es muss einfach funktionieren. Kommen Sie rein. Ich komm, ich fasse nicht rein. Bist du drin? Nee, ich bin nicht wirklich drin. Jetzt. Okay, dann disable ich mal die Ludwig. Oh. Ich will jetzt eigentlich irgendwas noch für die Town Hall. Ja, ich warte eigentlich nur drauf, wie viel Glass Panels ich brauche. Und, ähm, also 73 habe ich schon. Da, was zum Futtern. Äh, Deva, ähm, hast du noch irgendwo eine Wasserflasche? Weil ich habe jetzt keine mehr gesehen bei dir. Äh, ja, warte, dann mache ich welche. Die sind alle Level 30? Ist noch jemand da? Nein, 100, äh, ein 55er muss da noch sein. Ein 33er, ein, ähm, 30er, aber wenn es jetzt um die Morellas geht. Ja. Und zwar auch da. Die Babys sind alle Level 30. Und zu so einer Maiden. Geht los. Guck dir die Dame an. Ja. 15 Prozent. Oh nein. Ah, Moment. Oh, jetzt hier. Hier ist ja Action. Boah, Jeboah-Action. Das kann man nicht in Worte fassen, was hier gerade passiert. Das wäre möglich, Pitchy. Ab 18. Was denn? Ich meine zwei, zwei Dilos Level 30 und der Morellas ist auch Level 30. Ja, der Level 30 ist eins von den Eiern, was wir geholt haben. Eins 33, eins 30 und zwei Achter. Aha. Und ein 55er muss da sein. Aber der eine... Nee, sie habe ich nicht in dem... Ich hatte ein 55er Ei mitgebracht. Und in dem Morellas, wo wir sie lagern, habe ich sie nicht, habe ich keins gesehen. Naja, die geht bloß nicht so sehr runde, ne? Ich habe ja... Ja, vielleicht ist wirklich runtergeköppt. Warte, dir folgt noch ein Baby, gell? Nein. Am ehesten wahrscheinlich, dass es noch jemand in seinem Inventory hat oder irgendwer das hingelegt hat. Nein, nein. Das Level 55 Ei ist hier noch drin. Ah, okay. Wo drin? Im Schwein. Achso, dann habe ich das falsch gesehen. In Fritz. Wir haben das doch allen... Fritz, glaube ich... Ja, ja, Fritz ist der. Eier, Eierdieb. Ja, man kann es schon... Level 55, was für ein Tier? Morella. Morella. Ja, den können wir gerne gleich ausbrühen. Mhm. Äh, und wieso ist nur ein Level 8er da? Weil das andere Level 8er mit PC im Meer versunken ist. Achso, okay. Das ist ja das Krokokfrischchen. Okay, ja, das ist doch gut. Dann haben wir ja richtig gute. Ja, wir sollten halt nur schauen, dass wir die Printings verteilen. Mhm. Ähm... Ja, denn der eine jetzt, der hat das imprint von mir. Mhm. So, wer braucht noch Flaschen? Ich? Ich? Äh, Lin, ich bräuchte eine Metallsäge. Ja. Sehr gut gemacht. Lin? Ja, ich hab's zur Kenntnis genommen. Äh, muss mal gucken. Eventuell ist im Warenausgang noch eine. Es kann sein, dass ich welche auf Vorrat gemacht hatte. Ansonsten... Es ist die Kiste vor seinem Haus rechts. Also... Äh... Nee, nee, das kennt ihr schon. Aber da fragt ihr wo. Ah, okay. Nein, hab ich nicht. Genie? Ja? Hänge fest, kannst du mich mal rauslassen? Hm, warte ich jetzt nicht. Hm, ist leider nix drin, oh nein. Ja. Es sind wieder Pfeile in der Kiste unten, ja? Ja, sehr gut. Ist ein bisschen eng in dem Haus für eine Verpaarung und zwei Leute, das geht grad so, ne? Ja, aber echt, da darfst du aber auch keinen Morella verpaaren. Nee. Hattest du Fernleser gemacht, PC, ja, ne? Jetzt hab ich hier die schwangere Madame auf dem Arm. Was hab ich gemacht? Ähm, ich würde die wirklich gerne jetzt, äh... Irgendwie irgendwo hin tun, wo ich, äh, wo das Tier sicher ist. Na ja, gut dann. Fernleser, ja, die hab ich da in die Kiste gelegt. Nicht, dass er jetzt ein Baby-Jibboa rausfällt und nicht den unterwegs verliert. Nee, die fährt hier draußen in die Kiste, PC. In die Ausgangskiste. Die Hütte wär dann frei, wenn jemand sich ein Baby-Morella ausbrüten möchte. Beziehungsweise, wenn er sein Baby-Morella angebrütet haben möchte und dann, äh, zum Imprint gerufen werden möchte. Mhm. Okay, ich würde jetzt gerne erstmal die, die Herbal-Plot bauen. Kann ich diese komischen Stone-Bricks auch anschmeißen? Wahrscheinlich nicht, ne? Gine, kann ich dich mit der Kinderstation hier oben alleine lassen und würde ich kurz Devas Bauauftrag jetzt, äh... Nur anschmeißen, dass ich dich... Ja, ja. Das wär toll. Äh, was brauch ich denn noch? Ähm, Lampa? Äh, PC, hast du ein Sägel gekrippt noch? Nein, hab ich nicht. Okay, gut. 16. Ich würde mir jetzt zwei stehende Fackeln wünschen von jemandem, bitte. Mhm, mhm. Kriegen wir hin. Fackeln. Wir fackeln nicht lang. Nee. Aber wer hat denn mir in die Brütehütte geschickt? Crew Chef und Scheiber. Das war der Ludwig. Ein Benehmer. Deva, das war für dich nochmal Bricks, wie viele? Ähm, 30 pro Plot. 120 waren's, gell? 120 wollte ich haben, ja. Die gebe ich dir mal von denen, die ich schon hab und stell mir den Rest dann gleich her, den ich noch brauch für die Town Hall. Ich bräuchte, was ist das denn? Mein Holz, da? Mal irgendwann Working Table, dann nicht. Ach ja, da. Äh. 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 Ich will nur irgendeinen benutzen. Danke. Danke. Ach, PC bastelt auch Pfeiler. Aha. Jetzt hab ich mich jetzt zu blöd, einen Stapel zu teilen. Oh. Hm, hm, hm. Man weiß es nicht. Hä? So, ich bring dir meine Fackel nach oben, Teenie. Das ist... Wo bringst du dein Ei mit? Äh, ich hab jetzt kein Ei. Ich baue jetzt erstmal Platz. Okay. Take your... Ah ja. Ach, hier geht's. Okay. So. So, 120 Stone Bricks, lieber. Und ich mach dir hier noch eine hin. Ja? Was noch? Ähm. Ja, warte. Ich rette gerade Genie. Ja, mach das mal. Das ist wichtig. Ja, ich hab ja die Babys. Ja, eben. Ich brauch ja Licht hier. Ja, klar. So. Ähm, Lamber brauch ich. Ja. Und zwar vier pro Plot. Und dann brauch ich Bucket of Soil. Genau, da wollte ich gerade gucken. Wie komm ich denn da ran? Die, äh... Ich hab's wieder vergessen. Wie du da rankommst oder wie du an die Info kommst, wie viele das waren? Bucket of Soil. Warte, ich hab Bucket of Soil. Haben wir auf längere Sicht Interesse an der Ghillie-Rüstung? Auf alle Fälle. Ja, klar. Ja. Aber es muss jetzt nicht akut sein, irgendwie. Das heißt, Thatch und, äh, Bark könnt's ab und zu bei mir einfach auch reinhauen. Mhm. Könnt ich dafür brauchen. Den Rest hab ich eh schon. Beziehungsweise mach ich eh schon. Deva, wie viel brauchst du von diesem Lamber? Ähm... 16, sag ich jetzt. Ja, 16 brauch ich. Mhm. Und ich bastel mir jetzt was. Was? Ja. Was, was nur der Hunter verwenden kann. Ach so. Bin neugierig. Kannst du auch hier in den Alchemie-Tisch reinschmeißen. Okay. Oh, ich hab schon wieder die blaue Nacht. Okay, klar. Die blaue Nacht? Ja. Ich hab diesen Grafik-Bug, wo... Wir hatten das doch mal auf Ragnarok, wo es mittags... Ähm... Der Himmel plötzlich schwarz war. Genau. Und jetzt ist der Himmel, äh, Mitternacht. So hell wie am Tag. Ja. Aber bei dir auch, Devo. Bei dir auch, okay. Ja. Pizzi, dein, ähm, Segel. Ja. Moment. Dankeschön. Deva, in welche Kiste? Äh, hier. Alchemie-Tisch. Was möchtest du jetzt haben für einen Stall oder für einen... Äh, den, äh, für den kleinen brauchen wir oben wahrscheinlich erstmal ein Bahn. Ein Bahn, okay. Ja, damit werden sie auch vor Lopfförfer geschützt. Ach. Darf ich mal mit irgendeinem Schwein herum experimentieren? Mach. Tierversuche? Hat jemand so ein Troll, so ein, ähm, was ist denn das, so ein Spachtel oder so? Ich glaube, ich habe. Darf ich mir den mal leihen? Ich suche gerade mal, ob das stimmt, was ich sage, ja? Äh, ihr nicht. Wenn dann... Er will, dass ich das zurecht spachtel. Deva, brauchst du eigentlich, äh, Entschuldigung, äh, da brauchst du deinen Bahn? Was? Du meinst, das, was ich da vorher in Auftrag gegeben habe? Ja. Also, der steht schon. Ja, steht ja schon. Leg dir das Ding in den Alchemie-Tisch rein, ne, tu ich nicht, der ist voll. Ich habe schon Mildred genommen, das funktioniert wunderbar. Ähm, der... Ja, was denn? Schmeißt einfach irgendwo rein. Eben. Okay. Was ohne Pferd funktioniert das? Ne, äh. Als Hunter, als Hunter, ja. Ja, mach das immer bei mir. Ähm, acht. In die Glasblauen geht's nicht. Okay, dann schmeiß das hier in den Worktable, wenn das geht. Da ist noch Platz. Ach, müsste ich jetzt nicht runternehmen dürfen. Moment, ich probiere es noch einmal. Bring ich dir gleich wieder. Ja, ich habe dir 50 einmal da reingetan, so knapp, gell? Ja, danke, danke. Du hast ja nicht gesagt, wie viel du wolltest. Warte mal kurz. Ist das jetzt kaputt? Queen. Ja. Oh, das Morella Baby läuft voll. Es kostet aber nicht viel. Ja, das speichert ja Wasser, das Morella Baby. Also die Morellas überhaupt. Oh Gott. Jetzt geht's los. Die, 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 ich sag immer, die Dano hat da angefangen. Ich kann nichts dafür. Ich kann jetzt einen Lasso verwenden. Wo ist der Pizzi? Ich habe mich versteckt. Da bin ich. Da bin ich. Duper, jetzt habe ich den Working Table. Kann ich den ziehen? Cool. Ey, du bist doof. Du hast dich gerade von dem Weg bewegt. Da bin ich, da. So. Erst mal da, wo man nichts zieht. Lin? Ja? Hier oben auf der Plattform, wo eure, euer Gemüse steht, ne? Da wollt ihr doch bestimmt noch was anbauen, oder? Ja. Ähm. Wo soll ich denn da die Platz mit dazu stellen? Hier direkt neben den Aufzuchtskäfig? Oder? Passiert mit dir irgendwas? Du meinst jetzt für deinen, für deinen, ähm. Für die Kräuter. Danke dich, scheinbar nicht. Für die Kräuter. Ähm. Hast du da neben dem Futtertok noch Platz, oder ist da alles aufgebraucht? Also da liegen keine Foundations. Das wollte ich nicht. Nee, 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 nee. Das ist so blöd. Dann guck dir, wo du sind. Ja, okay. Ja, das. Also die sind recht groß. Ich weiß, dass sie groß sind. Das heißt, Menschen kann ich damit leider nicht fangen. Naja, vom eigenen Treib nicht. Achso. Ja, wir müssen jetzt einen anderen zum Test haben. Ja, oder PC geht kurz raus. Oder PC geht kurz raus. Oh, aber PC. Tschüss PC, war schön mit dir. Tschüss. Magst du mein Versuchskaninchen sein, PC? Aber bevor ich das mache, mache ich mich nackig. Das Lasse sollte keinen Schaden machen. Nein, aber... Aber es ist wieder Saugrein, ne? Aber nicht, dass die Viecher hier auf ihn losgehen. Ach nee, das geht ja nicht. Ich glaube nicht. Ich würde sagen, das probieren wir in der nächsten Folge aus. Wenn es hell wird, genau. Wenn es hell wird, gehen wir rum experimentieren mit den Lasso, PC und ich. Wie das klingt. Ja. Da muss man einschalten auf jeden Fall. Ich schalte aber aus. Den Verstand, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Passt mal auf eure Gesundheit auf. Es ist kalt grad.